Hallo zusammen, hier sind wir bei der nächsten weiteren Variante Zugbildungen nach Vorbild. Das heißt eine nächste Variante des FD Königssee, wie er gefahren ist. Hier sieht man jetzt schon mal den Unterschied und zwar der Kinderlandwagen hat sich farblich verändert. Das ist natürlich wieder der Kinderland. Beide Modelle die ich gezeigt habe, sind von ACME, 1A Topmodelle. Dieser gesamte Zug hat jetzt seine ozeanblauen Wagen komplett verloren und ist eigentlich noch in der Mischung unterwegs von dem Verkehrsroten Reisewagen und diesen blauen FD Wagen. Der Zug beinhaltet diesmal 13 Wagen, hat im Modell eine Länge mit Lokomotive von 4,15 Meter. Also ist schon beachtlich, sieht auch oberklasse aus. Dann gehts los. Unter anderem hat sich auch der Speisewagen geändert. Kommt gleich. So, hier ist er. in der Spongeform. So, hier sind wir mal zusammen. So, jetzt geht das. So, hier sind wir auch mal. So, hier sind wir auch noch mal. So, hier sind wir auch noch mal. Okay. So, eine Lange? So, jetzt sind wir auch noch mal. Sollte Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Vielen Dank.